In diesem Jahr haben wir eigentlich seit April Sommer. Wir haben Hitze und es klagen nicht nur die Balkonkästen, die Pflanzen dort und in den Parks und Friedhöfen, in Gärten. Es klagen auch die Landwirte, die Obstbauern, sogar die Winzer, obwohl die ja Sonne mögen. Wir haben ein extremes Jahr und besonders krass ist der Wassermangel, nicht so sehr die Hitze. Wenn immer mal Regenschauer gekommen wären, wäre es durchaus attraktiv für manche Pflanzen. Aber in vielen Gebieten Deutschlands und auch hier in unserer Region fehlte vor allen Dingen das Wasser. Und das alleine bringt es, dass Betriebe in Existenznot kommen und dass Erträge unterschiedlich geringer sind. Manche 30 Prozent weniger bis zu 60 Prozent weniger. Und das schwächt die Landwirtschaftsbetriebe insgesamt, aber insbesondere auch schwache Betriebe. Und es mangelt an Futter. Wie soll es weitergehen? Dazu ein ganz aktueller Beitrag. Heute am 15. August hat die Bundeslandwirtschaftsministerin im Kabinett berichtet und auch eine Pressekonferenz gegeben. Dazu möchte ich jetzt sprechen. Es geht also um Entschädigungen für Hitzeschäden, ja oder nein. Was kann der Bund? Was sollen die Länder tun? Während zum Beispiel Überschwemmungen und Orkane als Naturkatastrophen gelten, gehören Trockenheit, Frost und Starkregen zu Naturkatastrophen gleichgestellten widrigen Witterungsverhältnissen. Das ist die Definition. Für Hilfen nach solchen außergewöhnlichen Naturereignissen sind verfassungsrechtlich die Länder zuständig. Es gibt aber auch eine Kompetenzverteilung zwischen Bund und Länder. Also gemeinsam muss festgestellt werden, ist es eine national bedeutsame Naturkatastrophe. Lediglich nämlich, wenn das Schadensereignis als Ereignis von nationalem Ausmaß eingestuft wird, kann der Bund finanziell Hilfen für Forst und Landwirtschaft leisten. Dazu müssen aber die Gesamtumstände beurteilt werden. Und nach der heutigen Pressekonferenz ist zunächst klar, dass Schäden an Getreide und Raps zwischen 20 und 60 Prozent in den verschiedenen Regionen auftreten. Also sie haben dort 20 Prozent im besten Falle, aber oft viel mehr, bis zu 60 Prozent weniger geerntet. Und insgesamt kann man von Schaden sprechen, wenn in großflächig, also im nationalen Maßstab, 30 Prozent weniger als normal, also als im Durchschnitt geerntet wurden. Ob diese anhaltende Trockenheit als Ereignis nationalen Ausmaßes gekennzeichnet werden kann, definiert werden kann, Das kann man erst sagen, wenn die Schadensmeldungen vorliegen, wenn die Ernteergebnisse feststehen. Und dieses klare Bild erhoffen wir Ende August, also wahrscheinlich nächste Woche. Was gibt es da jetzt schon für Hilfsmaßnahmen, was könnte jetzt schon greifen für Landwirte? Da haben wir spezifische Landesprogramme und Bundeshilfen. Und es gibt aber auch noch andere Hilfsmaßnahmen, zum Beispiel die Landwirtschaftliche Rentenbank hat ihr Liquiditätsprogramm für Unternehmen der Landwirtschaft, des Garten- und Weinbaus, die wegen Trockenheit und Unwetter 2018 Ernteeinbußen und Kostensteigerungen zu verzeichnen haben, geöffnet. Die Antragstellung geht wie immer über die Hausbanken. Die Länder können ab 1. Juli zulassen, dass die als ökologische Vorrangflächen angemeldeten Brachflächen ausnahmsweise für Futterzwecke geerntet werden dürfen, wenn nicht ausreichend Futter zur Verfügung steht. Und das ist in den meisten Fällen so. Also die ökologischen Vorratsflächen, die sind uns vorgegeben durch die Europäische Union. Die Futterprogramme sind also immer angebunden an Bedingungen und jeder Betrieb muss ökologische Vorratsflächen anlegen. Das heißt, da wird was ausgesät, was nicht verwertet wird. Und jetzt, diese neue Regelung, sieht also zu, dass diese hoffentlich noch gut stehenden Klee-Mengen oder andere Zwischenfrüchte, dass die zu Futterzwecken verwendet werden dürfen. Interessant ist jetzt, dass da noch Verhandlungen sind mit dem EU-Kommissar Phil Hogan, dass die Ausnahme wirklich definiert wird von der EU, damit wir dann nicht womöglich noch Fördermittel zurückzahlen müssen. Und da ist unsere Ministerin noch dabei. Sie wird das aber in einer Verordnung festhalten, sodass die Landwirte dort abernten können oder Tiere dort weiden können. Das Bundesministerium hat außerdem noch ausdrücklich erwähnt, dass Zwischenfruchtmischungen, die eigentlich auch zur Bodenverbesserung angebaut wurden, es gibt da auch noch andere Flächen, dass auch diese geerntet werden können und genutzt werden können. Und die Tierhalter, das ist jetzt der Schwerpunkt, die sollen ausreichend Futter haben. Es geht jetzt nicht so sehr in diesem Schritt und in dieser Woche um die Verluste bei Ackerfrüchten allgemein, sondern es geht vor allen Dingen darum, dass Futter bereitgestellt wird und dass man nicht schon jetzt im August das Winterfutter verbrauchen muss. Da müssen alle Betriebe zusammenstehen und den Futterbetrieben helfen. Der zweite Punkt ist ja die Preisentwicklung auch für die anderen Ackerprodukte, zum Beispiel das Getreide. Es wird sich wohl so entwickeln, steht noch nicht fest, es ist alles noch im Fluss, dass zum Beispiel die Weizenpreise ansteigen werden, dass vielleicht auch die Rapspreise ansteigen werden, sodass dann in der Bilanz des Betriebes die Verluste doch nicht so groß ausfallen. Das alles müssen wir auch als Staat und als Abgeordnete in Betracht ziehen, wenn es darum geht, schadensergänzende Hilfsmaßnahmen zu treffen. Wichtig ist für uns, dass die Futterpreise nicht ansteigen dürfen, denn das wäre für alle Tierhalter verheerend, einerseits eben weniger, auch schlechteres Futter zu haben und das Futter, was sie zukaufen, dann zu überhöhten Preisen, das wäre ganz schlecht für die Tierproduktionsbetriebe. Die bundeseigene Bodenverwertungs- und Verwaltungs-GmbH, das ist die BVVG, gewährt allen von der Trockenheit betroffenen Betrieben Pachtstündungen, das ist auch eine gute Nachricht. Und es gibt noch zusätzliche Maßnahmen, die geschädigten Betriebe können auch Anträge auf Stündung von Steuern stellen, sie können Anträge auf Stündung von Sozialversicherungsbeiträgen stellen und die Finanzbehörden der Länder können steuerliche Vorauszahlungen anpassen und auf Säumniszuschläge, Stündungszinsen und Vollstreckungsmaßnahmen verzichten. Ich spreche jetzt noch von können und gehe davon aus, dass das auch gemacht wird. Im Zuge der Milchkrise zum Beispiel wurde das Einkommenssteuerrecht geändert und damit das Instrument zur steuerlichen Gewinnklettung geschaffen. Das heißt, dass Betriebe, wenn sie mehr Gewinn machen, eine bestimmte Summe zurücklegen können, ohne sie zu versteuern, um dann in solchen schlechten Jahren, wie wir es in diesem Jahr haben, eine Reserve zu haben. Also Gewinnklettung haben wir damals schon festgelegt im Bund. Die wirkt noch bis 2022. Da müssen wir uns drüber unterhalten, das als weiterlaufendes Gesetz zu entfristen. Denn das gibt dann auch eine gewisse Sicherheit und man kann ganz anders wirtschaften. Zukünftige mögliche Maßnahmen wären noch die Einführung einer Risikoausgleichsrücklage. Das ist so etwas Ähnliches. Noch mal einen Topf aufmachen, wo Betriebe einzahlen müssen, um dann in solchen schwierigen Jahren Reserven zu haben. Das müsste dann zweckgebunden für zukünftige Krisen angespart werden. Das muss auch ganz genau definiert werden. Und da muss auch die Steuer Abstand nehmen. Das wird schon lange diskutiert, auch über die Fraktionen hinweg. Und ich denke, jetzt ist der richtige Moment, dieses Gesetz zu formulieren und zu verabschieden. So können dann in guten Zeiten eigenverantwortlich die Betriebe für schlechte Zeiten vorsorgen. Und es wird der Steuerzahler nicht belastet. Wir sind in einem schwierigen Sommer. Viele freut es, aber einige haben richtige Probleme damit. Wir hoffen, dass wir das bewältigen können in Deutschland und auch in Europa, damit die Landwirtschaft auch in zukünftigen, womöglich heißen Jahren weiterhin bestehen kann. Genau. Sehr gut. Untertitelung des ZDF, 2020